Willkommen zur Steve-Koch-Show. Heute machen wir Cookies. Nun hole ich unsere Zutaten. Unsere Sonderzutat Weizen. Dann werden wir es pürieren. Der Teig ist fertig. Und nun in den Ofen und warten und warten. Oh, es ist fertig. Lecker. Das war die Koch-Show mit Steve-Koch-Show. Steves Koch-Show. Sonderzutat der Goldene Teig. Nun gut durchknilten. Und gleich ab in den Ofen. Warten, warten, warten. Aber gut, das ist lecker. Tschüss. Winke, winke. Winke, winke.